Vintage ist en vogue, nicht nur in der Mode. Auch wir setzen auf Vintage und wagen uns auf neues Terrain mit unseren beliebten Reitpferden. Stellvertretend für die komplette Kollektion stelle ich Ihnen unseren Schimmel vor. Das Fell unserer Pferde besteht aus weichen, in diesem Fall weißen Plüsch. Alle sind dekoriert mit einem opulenten Sattel, natürlich ebenfalls aus kuscheligem Plüsch und einer schmückenden Decke mit farbenfrohen Zierstickereien. Zur langen Mähne, hier in knallig pink, liefern wir jeweils die passende Bürste, damit das Pferd nach Belieben gekämmt werden kann. Die Zügel weisen einen integrierten Klettverschluss auf, damit sich die kleinen Reiterinnen und Reiter nicht verheddern. Damit die Pferde den hohen Reitansprüchen standhalten, besteht das Innengestell aus Metall, genauso wie die Steigbügel. Ein paar technische Fakten, die wichtig sind, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. So beträgt die Sitzhöhe 50 Zentimeter. Das Produkt hat eine Gesamt-Traglast von 100 Kilo, sodass sich theoretisch auch Väter darauf setzen können. Wir empfehlen die Zirkuspferde jedoch weniger für Väter, sondern für Kinder ab drei Jahren, da es wichtig ist, dass sie selbstständig sitzen und auch Balance halten können. Die Karussell- und Zirkuspferde sind weich gefüttert, damit die Produkte unserem gewohnten hohen Kuschelfaktor entsprechen.